Ingo, hast du noch mal einen Freizug? Ingo, hast du noch mal einen Freizug? Nein, ich habe eine Cola und habe eine Zigarette. Ja, also du hast jetzt einen Freizei. So, Inez! Inez! Hier, das ist noch ein Stupf, das ist aber nicht das Nebo, oder? Ich weiß nicht, auch mal. Ach, von dem Pippen. Ey, komm, das ist der liebste Brauch. Dann gebe ich dir jetzt gleich das Thema, als sie da jetzt nächste Woche.